hallo und herzlich willkommen von fortnite bei mir ja ich hoffe wir hier wir gucken mal rein was heute neues gibt los geht es so liebe folger fangen wir natürlich oben an wo gehe ich gerade und ja okay das ist nichts besonderes aber es gibt selten Dinge im shop das habe ich nur auf dem webgeist gesehen nichts besonderes nichts besonderes nichts besonderes nein nein nicht besonderes auch noch besonderes auch noch besonderes nein nein wo gehen die besonderen Dinge wo ich gesehen habe was selten war wo ist das wo ich keine Leute wo gehen die besonderen Dinge nein 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 jetzt kommen die endlich jetzt los so wie dieser charakter war cool das war war cool das ist ja vor 110 kage war cool das ist ja doch hat fünf verschiedene wagen so kann er mit arbeiten schön von hinten rein in den pro in den pro wo wo in den pro so pro kaugen vor allem auf wie was kann gegen kaka kaufen war cool das vor 110 kage auf jetzt ist er wieder kuchen so weiter geht liebe folge mit gegen poli scheibeamten natürlich gegen poli scheibeamten natürlich gegen poli schei ist und da ist wieder zurück nach jetzt kommt der hammer nach caugen 400 kage er wieder kuchen oh mein gott caugen 400 kage war nicht im shop jetzt ist er wieder zurück nach caugen 400 kage von korge kuchen 300 kage war nicht alles jetzt kommen wir zur politischen garmental kann die necke garme ist wieder zurück nach 120 tage natürlich auch verschiedene varianten ist korrig nach 120 tage kochen 200 kage oder kuchen 200 kage und nochmal so und jetzt kommen wir mal die Bisskacke die Polizei Bisskacke die waren natürlich auch selten gewesen die war cool erst vor 279 Tage im Job jetzt beschrieben wir zurück nach 279 Tage so liebe Freunde und ja dann haben wir noch Kiger Waffen Kiger Waffen und Kiger und war auch cool erst vor 279 Tage im Job jetzt ist hier wieder zurück nach 279 Tage so so ist hier auch und jo liebe Freunde das waren die seltene Dinge noch mehr seltene Dinge gibt es nicht und jo so ich mach neue Musik aber die kann ich leider nicht abbilden weil das mag Kikcock gar nicht ja bei Youtube bekomme ich nicht keine Probleme wenn ich keine Musik abbilde das Video bekomme ich nicht keine Probleme aber Kikcock und man kann bei Kikcock mag es ordentlich nicht wenn er Musik abbilden keine Ahnung warum das ist es nämlich und da habe ich keinen Bock drauf dass Kikcock wieder mecker mecker macht und sagt ja wir nehmen die gegen Kogen weg wenn der Kogen weg ist ist es kacke weil er haut in meinen Gelaber nicht dann muss ich da wieder Musik und Gap halten und dann das kommt Backsacke so deshalb bei Youtube funktioniert alles wunderbar die jubb das nicht auf der Musik Koron ist oder nicht die jubb das nicht und das habe ich keinen Bock drauf so liebe Freunde nicht vergessen Kikcock angegeben wenn ich was im Shop kaufe und ich wünsche euch auch bis zum nächsten Mal und danke für Zuschauer und lasst den Daumen nach oben da und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende wünsche ich euch auch noch schönes Wochenende Leute